Sie hat meinen Namen vergessen, das fängt ja gut an. Hättest du mich mal gefragt, mir werden schon ein paar Namen eingefallen. Herzlich willkommen bei Zimmerfrei. Möchtest du ein bisschen was Gesundes? Gerne. Möchtest du irgendwas trinken, Nina? Gerne. Was darf es denn sein? Kein Tee oder so. Nö, Champagner aus dem blauen Kühlschrank. Ja, gerne. Ich habe mir ja eure Sendung manchmal angeguckt und ich weiß nicht, wenn ich jetzt Champagner trinke und die anderen trinken jetzt nichts wäre gemein. Nein, das macht die Sendung aus eigentlich. Das ist der Reiz der Sendung. Vielleicht ein halbes Glas? Ja, natürlich. Aber was ist Vitamin B von dem hier? Keine Ahnung. Du sagst doch, Vitamin B ist gut zum Träumen, oder nicht? Ja, genau. Das habe ich auch selbst getestet. Erzähl mal. Da kannst du dich unheimlich gut an den Traum erinnern, wenn du richtig schön Vitamin B einfäfferst. Aber was muss ich denn vorher essen? Also was ist denn Vitamin B? Kartoffeln? Nee, das war... Keine Ahnung, actually. Weiß ich nicht. Das steht ja da drauf. Also viel Fleisch vor allem. Wir essen ein bisschen Vitamin B vielleicht. Du musst ja zusammen essen mit dem Essen, wenn es alleine jetzt ist. Ja, kriegen wir Bauchschmerzen. Das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen wir nicht. Aber die natürlichen Vitamine sind eigentlich besser, weil die paar Jahre, die ich in Amerika gelebt habe, da war ich bei so einem ganzheitlichen Doktor, der mich zum Heilfasten animiert und inspiriert hat. Und da habe ich zum ersten Mal heilgefasstet. Das war so toll. Und da habe ich diese ganzen Sachen, da habe ich Säfte draus gemacht. Wie lange? Weil Fasten sollst du ja nur flüssige Sachen zu dir nehmen und nichts mehr kauen und so. Und was war dann im Hirn beim Heilfasten? Was ist da abgegangen im Kopf? Da habe ich zum Beispiel einen Traum gehabt von jemandem, der schon gestorben war, ist. Und dem ging es im Traum, der war immer noch böse. Auf dich oder auf dich? Nee, so ganz wie ein Dämon irgendwie. Und da bin ich aufgewacht und da wurde mir klar, dass der irgendwie immer noch in der Welt ist, obwohl er schon gestorben ist. Und ihm geht es immer noch dreckig. Da will ich auf keinen Fall hin. Na, du bist ja jetzt bei uns. Genau. Träumst du manchmal auch was? Ja. Und? Kann man in der Öffentlichkeit nicht drüber sprechen. Was kommst du dir denn vor? Dann ist das ein Albtraum, oder? Nein, im Gegenteil. So. Boah, der kann ja nicht richtig weit sein. Habt ihr schon mal gefastet? Ja, klar. Na fast die Zeit. Wie viele Tage? Ja, zwischen Karneval und Ostern, ne? Echt? Oder war es umgekehrt? Weil Jesus hat ja 40 Tage, ne? Ja, und Nächte aber. Ja. Ich hab ja leider nur 14 Tage geschafft. Und wie viel hast du abgenommen? Oder ist das gar nicht das Ziel gewesen? Ne, das Ziel war, ähm, total alles zu säubern, weil ich hatte nämlich, ich musste erst krank werden, damit ich faste. Ähm, so eine schreckliche, irgendwie so eine Entzündung am Zahnfleisch. Und dann hat mir der Doktor auch noch Antibiotika reingejagt und danach musste ich doch das alles mal rauskriegen. Und es geht. Ab und wo rauskriegen, erst mal Prösterchen. Prösterchen, oder? Cheers. Cheers. Pröster. Oh, ist der lecker. Nina, du trinkst gar nicht. Naja, die haben ja alle nichts. Mutter Nina. Also beim WDR läuft die nun mal mit der sozialen Ader nicht. Das muss man jetzt klar sagen. Da ist ja Baby Krishna auf dem Tisch. Ja, muss noch wachsen, ne? Super. Ich war übrigens in der Stadt in Indien, ein ganz kleines Dörfchen. Actually, das ist keine Stadt. Gokul, wo Krishna als Kind war und überhaupt als Jüngling und so, und die erzählen einem ganz viele Storys über ihn. In meiner Geburtsstadt werden auch über mich sehr viele Geschichten erzählt. Echt? Die wird der Zeit immer besser werden, muss man sagen. Aber in deiner Geburtsstadt sind nicht lauter Tempelchen, wo wie im Theater so Kulissen aufgebaut sind mit Spielen, die du als Kind gespielt hast. Doch genau so sieht es da aus. Echt? Wo ist die Stadt? Ja, das ist nicht irgendwo in den Weiten der nordrhein-westfälischen Pustach. Ich wollte es mir angucken. Ich recherchiere alles nach. Bei mir. Bei mir wird jede Lüge irgendwie aufgedeckt. Ach so. Aufgedeckt. Ich bin ja journalistisch auch tätig. Ja. Erzähl mal. Naja, ich habe ein Interview gemacht mit so zwei Wissenschaftlern, ein Ernährungswissenschaftler und ein Virologe. Das ist ein Deutscher, ein ganz toller. Der heißt Prof. Dr. Peter Duisberg lehrt an der Uni Kassel und in Berkeley in San Francisco. Und der hat, der giftet die Pharma-Lobbys an, weil die den Leuten zu viele Tabletten verkaufen, die sie gar nicht brauchen, weil die Krankheit ganz anders zusammengesetzt wird, als es offiziell verkündet wird. Das ist ein Buchclub-Vertreter, muss ich mir Ihnen vorstellen. Nee, das ist einfach ein Wissenschaftler, der die Wahrheit sagt, aber heutzutage werden nicht mal Wissenschaftler mehr erhört und haben kein Gremium. Große Zeitschriften, die Chefetagen sagen, nein, mit Medizindissidenten wollen wir nichts zu tun haben. Und das sind schlimme Zeiten, sage ich dir nur. Dazu dürfen wir nicht schweigen. Nö, dürfen wir auf keinen Fall. Wir müssen gegen das Unrecht kämpfen. Aber nicht mit Bomben. Nein. Und nicht mit Gewehren. Nein, wir wedeln mit Rettich, meine Damen und Herren. Kann ich das nochmal sehen? Hat dir deine Mutter nicht gesagt, da bleiben die Augenstimmen ins Klingel? Ja. Hat sie. Hat sie. Die hatten auch gesagt, ich soll bitte nicht singen, das klingt schrecklich. Aber das war, wo ich noch meine Bruststimme noch nicht entdeckt hatte. Da hatte ich nur Kopfstimme. Ja. Aber so ab der Pubertät, da ist noch die Bruststimme, ne? Ja. Ganz bestimmt. Christine, wolltest du uns nicht mehr sagen? Ich wollte gerne mal, ich möchte vorher noch was fragen, wo wohnst du gerade? Ich wohne im Regenbogen meiner Sonnenseele. Und wo ist das genau? Das ist zur Zeit auf Ibiza. Und später in diesem Jahr gehe ich wieder rüber nach Amerika. Falls Bill den Krieg beendet. Bist du deswegen hier, weil du aus Protest ging, Bill? Ne, ich bin hier wegen höherer Gewalt. Nein, nicht Gewalt, also weil... Keine Gewalt. Weil ich unheimlich viel zu tun habe in Deutschland und in Europa. Ich war in Conny's Studio die ganze Zeit, habe über Weihnachten eine Charity-Platte aufgenommen, mache jetzt die neue Pop-Platte fertig, gehe ja jetzt auch auf Tournee. Ah, brauchst du noch einen Okulele-Spieler? Der Person, also im Moment eigentlich, well, doch. Okay. Tja, meine Damen und Herren, ich gehe jetzt auf eine lange, lange Reise. Wir machen jetzt mal, wenn Nina Hagen in Deutschland ist, dann haben wir einen Platz, mal ein bisschen genauer angeguckt, wo sie häufiger ist. Und das gucken wir uns jetzt an, die Home-Story für Nina Hagen. Och, danke. Nina ist kosmisch, intergalaktisch, universell und in allen Metropolen dieser Erde zu Hause. Doch ganz tief in ihrem Innersten ist sie ein Mädel vom Lande. In den Bergen unweit von Köln, über ein ausgeklügeltes Wegenetz erschlossen, befindet sich die Heimat des spirituellen Ichs unserer Weltenbürgerin. Denn dies ist ein Platz der Ruhe und der Einkehr. Architektonisch Lichtjahre von indischen Vorbildern entfernt, steht hier ein Ashram. Eine Art hinduistisches Kloster, das allen Weltreligionen offen steht. Hier lebt Nina in einer Kleinkolonie mit 40 anderen Menschen. Mit diesen geht sie fast täglich auf die Suche nach sich selbst. Damit das auch erfolgreich ist, hält man sich an die Lehren von Sri Babaji. Wahrheit, Liebe, Einfachheit, das sind die Inhalte seiner Botschaft. Zur Kommunikation mit den Göttern werden die verschiedensten Mittel bemüht. Doch neben dem religiösen Leben gilt es auch noch die profanen Dinge des Alltags gemeinsam zu bewältigen. Traditionelle Methoden der Trinkgefäßreinigung werden liebevoll gepflegt. Für Getränke ist stets gesorgt und hier und da sind sogar echte indische Accessoires zu finden. Einfachheit und Ordnung ist auch das Motto im Gemüsegarten. Der ist Ninas ganzer Stolz. Ein gutes Karma und echtes Himmelswasser garantieren göttliches Wachstum, das selbst die ausgekochtesten Saatmöhren zum Grünen bringt. Kreislauf und Nachhaltigkeit sind das ultimative Ziel. Doch dies braucht auch klare Anweisungen. Nur so gelingt das Miteinander von Vergänglichen und Seilenden. Oh Mann. Cool. Jetzt weiß ich nicht, ob da schon was kommt, weil sie auf die Karte... Wir haben es aufgeschrieben. Wie kocht man richtigen Reis? Also Indien ist ja schon eher das Land, wo es Reis statt Kartoffeln gibt. Bevor ich dir diese Frage beantworten möchte, ich möchte mich nur ganz kurz was sagen. Der Babaji, der hat... Wer war das jetzt noch? Na, der, wo ihr gerade gesagt habt, dass der Lehrer aus Indien ist, der Babaji. Der hat übrigens... Den, den du umhängst? Genau. Aber hier nach hinten, wegen dem Mikrofon. Ja. Hallo. So, ja. Genau. Der Babaji. Der hat nicht nur gesagt, Wahrheit, Liebe, Einfachheit, sondern der hat auch noch ganz viele andere Sachen gesagt, unter anderem, dass alle Religionen gleichwertig sind. Folge der Religion deines Herzens. Und dann hat er noch gesagt, er ist nichts und niemand, er ist nur der Spiegel, in dem wir uns sehen. Und der ist gekommen, um der Menschheit zu dienen und der Menschheit nochmal ein paar Sachen zu sagen, die wir für diese schwierige Zeit brauchen. Weil im Moment und auch ein bisschen später, die Tage und Wochen, die jetzt folgen, da werden wir ganz schön zusammenhalten müssen, als Menschheit, was wir ja eigentlich vorher hätten machen sollen. Aber jetzt, wo es drunter und drüber geht, das wären ganz harte Zeiten. Und deswegen kommen die Meister und kommen die Heiligen verstärkt nochmal wieder, um uns darauf hinzuweisen. Steht auch in der Bibel und in allen anderen göttlichen Schriften, dass jetzt was am passieren ist. Also Prost. Aber Nina, wann hast du das für dich entdeckt? Mit dem Reis, das kann ich ja eigentlich schwieriger beantworten, weil... Das kannst du vielleicht besser. Ich nehme den aus der Tüte. Aber ich denke, du nimmst doch so eine Tasse und schüttest den in Heißwasser rein. Heiß Wasser rein. Heiß Wasser und kochen. Ja, genau. Wie passt der? Wie passt der? Wann hast du das mit Indien und Gurus für dich entdeckt? Ich bin auf meinem ersten LSD-Trip mit 19 gestorben und hab Gott getroffen, weil ich habe diesen LSD-Trip ja nur genommen, weil ich Gott finden wollte. Hätte ich ja nicht machen brauchen. Hätte die ganze Nacht sitzen sollen, müssen können und durchbeten. Dann wäre er auch gekommen. Man muss aber ganz doll wollen. Und dann kommt er. Man kann Gott koksen. Wenn man so doll durchbetet, dann kann man ihn sogar sichtbar machen. Nein, koksen, C-O-A, koksen. Man kann ihn so lange rufen, bis er kommt, bis er kommen muss. Okay. Und bei mir ist es halt damals so gewesen, es steht alles in diesem komischen Buch, ich bin ein Berliner. Von Kennedy. Und wenn du einmal Gott gesehen hast, von Hagen. Ach so. Wenn du einmal Gott gesehen hast und mit ihm ein Interview geführt hast, dann ist dir klar, dass es dein bester Freund ist. Und da kannst du immer mit ihm sprechen, wenn du willst. Ja, selbstverständlich. Ich habe ihn auch gefragt, warum ist das alles so schwer und warum sind die Menschen, tun sich so weh? Und da hat er gesagt, das tut ihm ja eigentlich auch sehr leid, dass er uns geschöpft hat, aber das ging nun mal nicht anders. Ist wenn was Schlechtes, wenn einem Menschen was Schlechtes passiert, ist es Strafe vom lieben Gott? Nein, überhaupt nicht. Der liebe Gott hat ja überhaupt nichts damit zu tun, was wir als Menschen machen. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Wir sind nämlich genau dasselbe wie Gott. Wir sind eigentlich auch Götter und Göttinnen. Wir haben genau so eine Power wie Gott. Na, guck dir doch mal an. Wir haben die Atombombe gebaut, wir haben die Neutronenbombe gebaut. Riesig. Wir können alles kaputt machen. Ach so. Verstehen Sie? Aber der liebe Gott, der würde doch nicht alles kaputt machen. Nein. Es sei denn, wenn wir alles kaputt machen, dann wird die Natur, aber nicht der liebe Gott, aber die Mutter Natur, wird spucken und kotzen und uns vom Planeten schmacken. Da werden wir mal Leben in der Bude. Da werden wir uns verbrüdern und verschwestern. Wenn das passiert, wird die Menschheit endlich sagen, okay, verstanden. Wir sind eine Familie, wir sind eine Menschheit. Und gerade deshalb möchte ich dich jetzt auf eine deiner faszinierendsten Karrierefacetten ansprechen. Die meisten kennen dich ja weniger als Philosophin, sondern eigentlich doch mehr als Sängerin. Obwohl die Leute, die mich als Sängerin kennen, die in meine Konzerte kommen, nennen, die wissen ganz genau, dass wir über solche Themen auch sprechen. Aber die legendäre Oma mit der Plastiktüte, da draußen in den weiten Prärien unserer deutschen Einkaufszonen, die assoziieren mit deinem Namen doch in erster Linie Sangeskunst. Ist das so? Nee. Ich glaube eigentlich nicht, weil... Aber ich frage die Frage mal an. Hast du schon mal gesungen? Ich singe die ganze Zeit und ich gehe auch immer auf Tour, sogar wenn ich keine CD draußen habe und sowas. Du hast jetzt gerade vor kurzen oder vor einiger Zeit, vor relativ kurzer Zeit, eine CD veröffentlicht mit indischen Gesängen. Genau. Also in indischen Zungen sozusagen. Was ist das? Urdu oder Sanskrit oder was sind das für... Ja, Hindi und Sanskrit. Ja, ja. Das, was ich in Indien gelernt habe. Und ich singe auch Gospel-Songs. Die habe ich in Jamaika und in Amerika gelernt. Frische Gospel-Songs. Frische Gospel-Songs. Kann man sowas wieder hören? Weil ich stehe dermaßen, oh Gott, das geht mir einfach... Es geht nicht anders. Ich muss. Sing uns doch mal was vor. Bittest du abends, bevor du einschliffst? Ja. Freilich. Und ganz lange, ich liege ganz lange noch wach, weil das ist nämlich... Man braucht ja nicht so viel schlafen, wie man glaubt. Gibt es irgendwas, worüber du dir ganz persönlich so Sorgen machst? Nicht über die Welt. Ja, ich mache mir Sorgen über die Menschen. Über dich. Gibt es irgendwas bei dir, worüber du dir Sorgen machst? Nö. Nö, nö, nö. Aber ich mache mir Sorgen. Wir wollten eigentlich ein bisschen Hausmusik jetzt machen. Wir kommen gar nicht dazu. Wir können was schönes singen. Was wollen wir machen? Ja, also wie gesagt, Sarah Leander. Oder Gospel. Was für ein Gospel möchtest du? Kildegard Knief. Ja. Gospel? Ja, oder Gospel. Du wirst was Blues-mäßiges spielen. Ja, wenn du dazu gospelst. Well, you can't hurry, my God. You just gotta wait. Be patient. Cause he's a God. You just can't hurry. But he'll be there. Don't you worry. He'll be there just in time. Just in time. Just in time. Just in time. And you can't hurry, my God. No, you can't. But my brother Joe was sick so long. Sorry for spitting at you. And his bones were crashing all over the place. I think they call it cancer these days. He lost his wife, his cattle, and his children. And he said, oh, Lord, please come to me. See about me. But I said to him, you can't hurry. Him. You just gotta wait. Cause you can't hurry, my God. No, you can't. Cause he'll be there right in time. Right on time. Right with the time. He'll be there. Right on time. Hallelujah! Oh, my God! Woo-hoo! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha! 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 Hör mal, du hast geschrieben, wenn du irgendwo eine Wohnung hast, dann musst du das Fenster gen Osten gehen. Warum? Oder es wäre schön, wenn es gen Osten geht. Ha-ha! Ja, weil im Osten geht die Sonne auf. Und das ist das Schönste der Welt, wenn du morgens aufstehst, wenn die Sonne aufgeht, weil die, ähm, die strahlen der Sonne am Morgen bis 12 Uhr mittags. Das ist das Tollste und das Gesündeste, was du dir antun kannst. Ja. Komisch, dass man hier nie zu sehen kriegt in seinem Beruf, ne? Kaufst du manchmal was von Ikea? Also, oder sowas, also, wie sieht deine Wohnung aus? Ha-ha! Ähm, so zusammengewürfelt. So Orangenkisten? Ich mach zum Beispiel sehr gerne aus Orangenkisten, schneide ich Sachen aus den Zeitungen aus. Zum Beispiel Verona Feldbusch, da war so ein wunderschönes Bild mit ihr, wo sie so macht. Und, ähm, so Marilyn Monroe und ein paar lustige so Bilder. Und die klebe ich zusammen und plötzlich habe ich einen ganzen Turm von Collagen auf Kartons. Ah. Finde ich schön. Da brauchst du nicht die Zeitung aufschlagen, da hast du, like, zehn Zeitungen auf einmal, aber nur die besten Sachen. Wenn ein Tag bei dir normal verläuft, was machst du denn? Ich stehe morgens auf und vor allen anderen, also bevor die anderen wach werden. Was sind die anderen, dein Sohn? Mein Kind, mein Sohn. Wie alt ist Otto? Der ist acht, oder am 3. August 9. Und Maddy, unser Kindermädchen, basically unsere Freundin. Klar. Offiziell Kindermädchen. Und, ähm, ja, und dann wecke ich die dann irgendwann auf, wenn die dann auch wach werden sollen. Und vorher mache ich meine geheimen Sachen. Meine alchemistischen Gebete. Und auf dem Harmonium spiele ich. Mengst du auch so Wässerchen ineinander, so grüne und rosa Flüssigkeiten und so? Nee, aber ich mache schon manchmal mit Wasser und Weihrauch und Blumen. Jesus Christus steht auch bei mir auf dem Altar. Selbstverständlich. Wer steht er noch? Da steht der Buddha, der Ganesha und die göttliche Mutter und der Babaji. Also Babaji, das klingt wie so eine russische Märchenfigur. Das Märchen vom alten Babaji oder so. Der Babaji, das ist ein Name, dem ihn die Menschen gegeben hat. Er selber hat gesagt, ich bin nichts und niemand, ich bin nur der Spiegel, in dem du dich sehen kannst. Ich bin nur gekommen, um der Menschheit zu dienen. Aber, ähm. Wo waren wir gerade? Bei Babaji. Ja. Der einfache Vater ist die Übersetzung von dem Namen Babaji. Und die Inder nennen ihn den Jogi Christus von Indien. So. Also. Wenn man so in sich ruht, wie du den Eindruck machst, gibt es dann Sachen, die einen aufregen? Also kannst du dich aufregen, wenn du, wenn sie am Supermarkt einer vordringelt oder so eine Kasse? Nee, ich krieg mich auf wegen dem Krieg und alles. Aber so übers normale Leben regst du dich nicht auf? Das ist ja das normale Leben. Wo leben wir denn? Wir leben in einer Welt, wo überall Krieg ist. Jetzt sind wir, haben sie auch da an der Grenze von Kaschmir. Und ich habe mal einen Song gemacht, den habe ich Nelson Mandela gewidmet. Da war ich auch bei einer Pressekonferenz. Da war er da. Da bin ich dann irgendwann aufgestanden, wo sie gesagt haben, noch Fragen? Nelson muss jetzt weiter. Und da habe ich gesagt, ja, hier. Dann habe ich aufgestanden, da habe ich gesagt, ich habe eine CD gemacht und da habe ich was von Nelson Mandela aus den Nachrichten geklaut. Nämlich wie er gesagt hat, we got to be strong and we gonna win the fight against the evil. Und da hat er sich so gefreut. Und dann bin ich zu ihm nach vorne gegangen, habe ihm die CD geschenkt. Das habe ich mit Dave Stewart zusammen gemacht. Das Lied hieß So Bad. Da gab es auch ein super Video, wo Nelson mich küsst am Ende. Du hast mal gesagt, du bist Nelson Mandela und Mutter Teresa in einem. Ist das richtig? Oder habe ich die Frau verwechselt? Wir sind ja alle eins irgendwie. Irgendwann werden wir es auch kapieren, dass wir eigentlich, you know, dass jeder die Möglichkeit hat, auch jemand anders zu sein. Auf lauter Liebe wärst du gerne Götz. Aber natürlich, ich bin Götz. Coolen Kampf und Sinatra. Was? Habe ich mir doch schon... Das habe ich mir... Das habe ich mir schon vor vielen Jahren gemacht. Ich habe das die ganze Zeit gestürt, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Du hast auch so etwas hagenmäßiges in dir. Ja, ja, das ist klar. Das merke ich immer, wenn ich morgens um sechs mal ein Räucherstäbchen anmache. Ja, das ist... Dann läuft's, ne? Ja, ja, ja. Wir haben für dich was sehr, sehr Hübsches vorbereitet, Nina. Klasse. Ein Zimmer, in dem du dich vielleicht wohlfühlst. Oh. Und äh... Wollen wir mal gucken? Ja. Das Ziel wird es dir zeigen. Das hast du aber schön gesagt. Ich würde ja wie gesagt, also mich immer die ganze Zeit dann hier sein, falls ich das Zimmer kriegen sollte. Aber... Würdest du irgendwas mitbringen? Also, ist was ganz wichtig in deinem Leben, was in deinem Zimmer sein ist? Du, das ist alles in meinem Koffer drin, wenn ich was mitbringe. Guck mal, wir haben dir ein Ufo-Zimmer gemacht. Ist das gut? Das ist super. Hier wäre ich ja dermaßen inspiriert. Oh. Du darfst dich hier auf das Tier setzen. Wenn du willst, ja. Alles ist ja da, Christine. Du musst mal diese Sternchen da probieren. Zum Essen? Ja. Ne, jetzt ist gerade wieder abnehmender Mond und ich faste dann ein bisschen. Ah, okay. Ich geh doch auf Tour und dann muss ich doch gesund sein. Wie? Nina, wie war das mit dem Ufo im vierten Monat? Als du schwanger... Das war ein super positives Erlebnis. 1981 war das. Ja. Und wir kamen gerade von der Europatour und ich war schwanger. Mit Cosma. Und nachts wach ich auf, geh wie unter Kommando zum Fenster, mach den Vorhang weg und... Wie? Und... Ja. Und konnte mich nicht mehr bewegen. Wie paralysiert. Gucke. Ufo. Rund. Hängt so fünf Meter draußen im Nachthimmel. Über... Ja. Und die Lichter, das war das Besondere daran. Wenn du hier in Licht guckst, kannst du nicht lange reingucken. Tut weh. Diese Lichter waren aber stärker als alle Lichter, die ich hier kenne. Selbst die fluoresierenden Lichter in der Disco oder so. Und die haben nicht weh getan. Im Gegenteil. Da kam... Super... Ach, das ist unbeschreiblich. Und da kam eine Farbe nach der anderen. Am Schluss kam weiß. Und nach dem weiß wurde es durchsichtig, ich konnte reingucken. Da waren drei Leute drin, wie in einem Büro. Und ich hab... Am Anfang hab ich noch gedacht, ach scheiße, ich kann ja meine Freundin nicht rufen. Ich kann mich nicht bewegen. Aber der nächste Gedanke war, ach Gott, bin ich glücklich. Also es hat mir eigentlich nichts ausgemacht. Dass ich... You know, so eine komische Situation, wo du dich nicht mehr bewegen kannst, wo du... Wo die anderen eine Power über dich haben. Eigentlich... Wie sterben. Normalerweise hat man da Angst. Ja. Aber ich hatte keine Angst. Weil es halt... Das absolute Glücksgefühl war. Ist es wie... Stellst du dir das so sterben vor? Also wenn man... Wenn die Seele den Körper verlässt und man guckt sich... Das hab ich auch gemacht. Ja. Erzähl erstmal, wie das mit dem Ufo aus... Haben die was zu dir gesagt, oder? Nein. Die haben sich überhaupt nicht um mich gekümmelt. Und mich nicht angeguckt. Und dann... Fehlt mir ein Stück Film. Ich wache morgens auf. Sonne kitzelt die Nase. Vorhang ist noch auf. Und ich wusste, es war kein Traum. Und runtergerannt Sascha, meine Freundin. Ich sag, ich hab ein Ufo gesehen gestern Nacht. Und die Farben und da da da. Und dann hat sie auf meinen Bauch gezeigt. Und dann hat sie gesagt, die haben dir Cosma gebracht. Da kommt der Name Cosma her. Von meiner Freundin, ja. Und ich hab da noch Shiva dazu gemacht. Also du glaubst, der Anlass, dass sie gekommen sind, war Cosma? Das Kind? Nee. Oder wollten die dir irgendwas zeigen? Geben? Auf jeden Fall. Weil die Power, die die hatten... Das ist eine Power... Ja. Du kannst nicht mehr. Oh boy. So ist gut. I'm so sorry. Also das war tierische Power, die da... Wahnsinn. Du hast keine eigene Power mehr. Nur noch glücklich. Und nur noch... Und da hab ich mir gedacht in meinem kleinen Köpfchen. Mensch, wenn die so eine Power haben, die kommen bestimmt aus dem Jenseits. Erstens. Weil die Farben... Oh, das war so ein Glücksgefühl. Und dann können sie uns abholen im Fall von einer menschlichen Katastrophe. Damit nicht die ganze Menschheit kaputt geht. Falls mal hier alles drunter und drüber geht. Glaubst du, dass die ganz besondere Menschen abholen? Dass sie einen abholen und wieder zurückbringen. Wenn wir dann wieder atmen können nach den drei schrecklichen Tagen. Habt ihr die Prophezeiung nicht gelesen? Glaubst du, dass die so Menschen wie dich holen, die einfach schon eine Verbindung nach oben haben? Nein, die holen Leute... Die holen eventuell Leute wie mich, falls ich dann keine Angst habe. Es geht nämlich darum, angstlos zu sein. Sonst kannst du nicht mit. Sonst geht's nicht. Ja. Okay? Und Angst hast du keine gehabt? Überhaupt keine? Nee. Weil da kannst du gar keine Angst haben. Das ist so ein super Gefühl. Warum lachen die? Weil wahrscheinlich... Weil Götz... Spielt Götz an seinem Reißverschluss? Nein. Dann würden die weinen. Na gut. Na, ich hoffe ihr glaubt mir das, weil das wäre mir schon wichtig. Wenn du das Cosma zum Beispiel erzählst, was kommt da für eine Reaktion von deiner Tochter? Ja, die kennt doch die Geschichte schon seit Ewigkeiten und die weiß das auch. Und viele von meinen Freunden kennen die Geschichte und wissen das. Aber wenn die Ufos Cosma gebracht haben, dann musst du... Na, ich sag doch nicht, dass die Cosma gebracht haben. Das hat meine Freundin so scherzhaft gesagt. Hat auf meinen Bauch gezeigt und den Namen. Ach so. Da habe ich den Namen Cosma zum ersten Mal gehört, weißt du? Aha. Und den fand ich so schön und dachte Cosmos, Cosma mit einem A, das Weibliche. Wie findet Cosma? Wie findet... So schön hier. Ehrlich. Wie findet Cosma ihren Namen? So, ihr beiden, kommt mal runter, wir müssen jetzt noch was praktisches machen. Wir müssen jetzt mal weg von diesen Realitäten der Ufos, wir gehen zur Fantasie des alltäglichen Wäschesortierens. Kommt ihr mal runter, ihr beiden. Ja, jetzt bist du dran auf den Haushalt. Echt? Ja. Mach ich gerne. Machst du gerne. Das ist ja auch die Hauptsache, was man im Ashram macht eigentlich. Das ist, dass man lernt, gemeinnützig zu arbeiten. Ja, genau wie bei uns. Wie es gibt uns in Israel. Ja, der Ashram in Israel. Kannst du eigentlich kochen, Nina? Kloster. Ist alles dasselbe. Ja. Kannst du kochen, Nina? Natürlich kann ich kochen. Was denn? Reis. Sauerkraut. Ehrlich? Und wunderschöne Sachen. Sie sehen hungrig aus. So, wir haben jetzt hier, Nina. Ja, erst mal plätten und bügeln. Nein, 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 nein. Was denn? Wir machen das mehr so Ashram-mäßig. Also ohne bügeln und plätten. Mach dich nur ruhig immer weiter lustig. Ja. Mal gut, jetzt pass mal. Äh. Wir machen jetzt folgendermaßen. Wir wollen jetzt mal sehen, wie gut du bist, in welche zusammenlegen. Das ist spannend. Spannbetttuch ist sehr schwer zu falten. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, meine Damen und Herren. Erstmal muss das gebügelt werden, mein Lieber. Aber du lässt. Die Zeit haben wir natürlich nicht. Du hast ja das nicht jetzt vorbereitet. Es wird ja zusammengelegt. Ja. So. Ja. So. Und jetzt? Und jetzt. Ah. Und. Und jetzt komm mir entgegen. Und rolle, rolle, rolle. Es wird schön. Der Wäschenschrank wird super aussehen, wenn wir nur gerollte Sachen reinlegen. Und jetzt? Ja, guck doch mal. Es sieht doch sehr schön aus. Ein Schrank voller Würste. Würste. Rose. Rosenwürste. So. Das haben wir hier. Das ist ein glattes Teil. Original Taft. Aus dem Hause Gart. So. Jetzt noch mal gucken. Oh je. Aber das ist auch ein schwieriger Fall. Moment. Darf ich, dass wir eben vorbereiten? Oh, bist du stark. Ja. Ah. Okay. Wir machen das jetzt so. Ah. Patentwurst. Okay. So. Und jetzt? Komm mir entgegen. So machen sie es in Indien, ja? Na, das wird einfach ganz schick. Oh ja. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ah, hier haben wir. Der war 1964 ganz günstig. Den gab's in allen katholischen Volksschulen des Münsterlandes damals. Der riecht auch noch so als Kämer von 1964. So, jetzt machen wir ihn. So, den legen wir jetzt viereckig zusammen, wenn's dir recht ist. Warum wird das keine Wurst? Weil der Stoff ist zu hart. Das wird eine Dauerwurst. Das würde dann eine harte. Ja. Nochmal. Wollen wir jetzt rollen? Doch rollen jetzt? Ja. Okay. Bin dabei. So rollt's, weißt du, singt's und klingt's in Indien, so rollt's sich's in, wie heißt das? Kalkutta. Hier, ehrlich? Ja, wir können stundenlang so weiterrollen. Machst du das zu Hause auch so? Ja. Das konsterniert mich ein bisschen. Doch, ich versuche mal alleine weiterzumachen. Geht ihr beiden mal ins Wohnzimmer? Ich versuche, wie das geht, wenn man ohne Partner rollen will. Nee, das habe ich nämlich mal hier gesehen bei so einer Frau in L.A. im Badezimmer. Alles war hier rollt. Ich dachte, ach, das ist doch schick. Das knittert hinterher, oder nicht? Nein, die ganzen Handtücher und alles. Oh, das ist doch schön. Guck mal, wie er, wie schön er das macht. Ja, wir warten, bis du kommst. Schade. Ich dachte, ich komm erst ja nun mal anders raus, so. Du hast ja, du hast einen Jungen und ein Mädchen, also Cosma und Autist. Ja. In der Erziehung hast du da einen Unterschied gemacht? Oder hast du gar nicht erzogen? Nein, ähm, ich hab, ich hab mein Bestes gegeben, glaube ich. Und, ähm, man soll sich auch nicht selbst verurteilen, wenn man mal Fehler gemacht hat, davon lernt man ja. Was glaubst du, was du für einen Fehler gemacht hast? Weiß ich nicht. Bist du streng gewesen manchmal? Ähm, ja, manchmal schon. Aber... Kannst du dann laut werden? Kannst du dann schreien? Nee, ja, manchmal. Naja, ich weiß nicht. Ich hab manchmal, da war ich schwanger. Also einmal. Das zweite Mal. Das zweite Mal. Und da wollte ich manchmal schlafen. Und die Kinder waren oben so laut, Cosma und ihre Freundin. Und weil ich nicht immer die Streppen hochlaufen wollte, weil ich so müde war, da hab ich ihm immer gerufen, Ruhe! Ruhe! Und das hat ihr wahrscheinlich genervt getan. Ja. Dem Tochterkind. Ja. Und was hat sie dann gemacht? Ach, das war nach dem vierten Monat war das vorbei. Man ist ja nur so im dritten, vierten, fünften Monat so müde. Danach ist man ja... Pfff! Power! Und bei deinem Leben sind die Kinder auch immer dabei? Also der Otis, der macht die Schule zu Ende und dann kommt er ein bisschen auf die Tour. Und jeder Papa besuchen im Urlaub. Seinen Papa. Ähm... Ja, so oft wie möglich nehme ich ihn mit. Ich finde das ja auch sehr interessant für ihn und wichtig für ihn auch zu sehen, wenn wir auf Tour sind. Wir haben ganz liebe Freunde, die in meiner Band sind. Das sind alles Otis Freunde auch. Mein Gitarrist hat ihm das Jojo spielen beigebracht und bisschen Gitarrenunterricht und diese Dinger da. Also alles, was man so braucht. Jojo, Gitarre spielen. Ja. Wie am Flipper, steht der am Flipper dann oder was? Nee, die Dinger da. Diese Play-Dinger. Am Fernsehapparat, wo man da so Menschen totschließt. So Nintendo und sowas. Ja. Hast du nicht Angst, dass da ganz Bad Vibrations über irgendein mieses Karma rüberkommen, wenn er sich so unter Umständen bösen Computerspielen widmet? Nee, meine Kinder, die gehen in ganz normale Schulen und die leben ein ganz normales Leben und es ist nicht so, dass ich irgendwie ein fanatischer, religiöser Mensch bin. Denn die einzig wahre Religion ist die der Menschlichkeit sowieso. Und alles andere ist, you know, fanatisch und sowas will ich nicht, dass meine Kinder... Vermisst der die Mama nicht? Also wenn du nicht da bist, vermisst der dich nicht? Nee. Nee. Telefoniert ihr oder schreibt? Der hat mich ja so viel. Also ihr könnt euch ja... Ihr stellt euch wahrscheinlich vor, dass ich immer unterwegs bin. Ja. Ich bin einmal im Jahr auf Tour und vielleicht dieses Jahr zweimal. Und Tour ist dann wie lang? Zwei Monate? Zwei Monate. Und meistens ist er dann mit dabei. Und Cosma war auch oft mit. Und Otis spricht Englisch und Deutsch? Otis lernt Deutsch und Spanisch in der Schule, spricht Englisch, ist eine englische Schule, weil er ist ja in Amerika aufgewachsen. Und wenn er hier in Deutschland ist, mal für ein paar Wochen, dann lernt er auch immer mehr und mehr Deutsch. Also das geht dann ganz schnell bei denen. Bei Cosma war das auch so. So, bevor der Uli sich den Arm abwackelt, machen wir jetzt mal die Umfeldstory für Nina Hagen. Was? Hier. Fernsehen. Und wieder sind wir auf dem Land. Diesmal im schönen Wollparad. Von außen ein ganz normales Fachwerkhaus, zählen hier die inneren Werte. In Connys legendärem Plattenstudio nimmt unsere WG-Bewerberin seit Jahren ihre Platten auf. Lässiger Charme, wohin man schaut. Ländliches Idyll und großzügige Sportanlagen. Hauptsache, man fühlt sich wohl. Denn Stefan Plank und seine Mutter Christa Fast führen hier ein Studio der Extraklasse. Neben hochkarätiger Technik gibt's ja alles, was man zum Leben braucht. Erlaubt ist, was Spaß macht. Das schätzt auch Nina. Doch wenn sie hier ist, wird vor allem eins gemacht. Gearbeitet. Wenn sie im Studio ist und mitarbeitet, sitzt sie ganz normal da. Und wenn es ans Singen geht, geht sie rauf, schminkt sich, macht sich komplett bühnenbereit, sozusagen. Dann kommt sie hier runter und dann singt sie. Und dann ist hundertprozentig Disziplin und Ordnung angesagt. Hier steht sie dann vor ihrem ganz persönlichen Mikrofon und singt, was das Zeug hält. Denn hier stimmt die Energie für Nina Hagen alias Haidakandi Shivani. Ob Punk, ob Rock, ob indische Lieder, sie ist einfach unberechenbar. Bei ihr ist alles möglich. Und das ist gut so. Man kann sehr gut mit ihr auf verschiedenen Ebenen kommunizieren. Das mögen manche Leute sagen, dass es sprunghaft sei. Ist es aber gar nicht. Sondern sie ist sehr beweglich. Ich würde sagen, sie ist eine Freie. Sie ist frei und beweglich. Sie hat natürlich irgendwie zwei Seiten. Es ist eine ganz klar die öffentliche Person, die sozusagen eine Kunstfigur ist. Also nicht wirklich Kunstfigur, aber es ist Nina, wie sie nach außen hin wirkt. Das ist so ihr Schutzschild. Und privat ist sie eine sehr klare bestimmte Person. Aber nach außen hin, dann kann hier keiner. Ein ideales Umfeld für Ninas Spektrum. Hier kann sie sein, wie sie will. Für Christa und ihren Sohn ist Nina vor allem eins. Eine optimale Mitbewohnerin. Nina ist ein Geschenk. Sie ist prima. Sie berührt. Sie hat die Fähigkeit zu berühren. Sie ist Nina. Und sonst nicht. Wow! Oh mein Gott! 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 Wow! Christa und Stefan! Christa Mausi, warum ziehst du die Stirn in Falten? Weil dieser Duft, würden vielleicht einige sagen, also das Aroma, was diese Stäbchen ausstoßen, das hat mich schon, als ich ein kleiner Junge war, immer in der Kirche umgehauen. Bist du katholisch? Wir sind damals reihenweise aus den Kirchenbänken gefallen, weil der Weihrauch uns Kirre gemacht hat. Der Weihrauch, der sich der Satan ausgedacht hat, um fromme Kirchgänger damit ins Verderben zu stürzen. Und jetzt komme ich hier in mein Studio und muss diese Düfte wieder einatmen und wenn das so weitergeht, dann werde ich die Sende kommen. Die musst du doch in eine spezielle Ecke stellen, wo ein bisschen ein Fenster in der Nähe ist, hör mal. Die sollst du doch nicht rauchen. Was macht das mit einem, Nina? Na, das ist doch das Element Feuer und Äther. Gelb und Luft. Also drei Elemente haben wir da schon verbunden. Wie jetzt? Und was macht das mit mir? Ja, du bedankst dich bei den Elementen, die überhaupt existieren. Götz, dann bedank dich jetzt mal. Ja, ich wusste ja schon, dass die da sind. Dadurch, dass du sie anzündest. Das ist der Bedankungseffekt. Ich habe nicht um die Elemente gebeten. Das ist jetzt ein bisschen zu gesteuert. Götzele. Ja, hochinteressant. Und ja, von Frau zu Frau, wo kaufst du deine Klamotten? Auf ein Vieh-Market und auf ein Hippie-Market und auf ein... Das Ding ist jetzt schon über ein Jahr alt, hier diese Hosenteile. Aber die mag ich unheimlich gerne, weil da ist ja der Weltraum drauf. Ja. Ja. Was schießt du? Der Äther. Ja. Das Ätherische. Das Unendliche. Es gibt so viele Universen. Das können wir uns gar nicht erahnen. Da fällt mir was an. Ich habe ein ganz großes Problem, wenn du sagst Universen. Ich habe ein ganz großes Problem, damit so bestimmte esoterische Ausdrücke in den Plural zu projizieren. Echt? Was ist zum Beispiel die Mehrzahl von Guru? Guren? Ähm. Lateinisch Gura, die Gurin, also die Mehrzahl Gure. Also Guru ist inspirierendes Licht. Gura rum, der Plurale. Du sagst doch einfach Lichter. Viele Lichter. Ein Licht, ein Guru. Mehrere Gurus, viele Lichter. Die bringen Licht irgendwie in die Dunkelheit. Ah, aber die Dunkelheit, die wurde ja dazu geschaffen, dass wir uns in der Dunkelheit doch an Gott erinnern mögen. Weil wenn du dir die Kinder alle anguckst, die haben ja Angst im Dunkeln. Ja. Und checken so, nee, das ist mir zu dunkel, Licht anlassen. Ja. Und checken so die Vibrations, die Wand bewegt sich, oh mein Gott. Ach. Und ähm. Aber ich auch ganz langsam hier nur, ich kenne Otis und seine Freunde. Alles ist dasselbe Verhalten. Ich hatte das früher auch. Tür auflassen. Licht anlassen, you know. Ja. Weil im Dunkeln sollen wir uns an ihn erinnern. Ja. Apropos dunkel. Wir kommen jetzt, meine Damen und Herren, zu einem fantastischen, immer wieder gern gesehenen Spezialelement im Rahmen unserer Erfolgssendung Zimmerfrei, dem Fachmagazin für esoterische Weltbilder. Wir haben jetzt, meine Damen und Herren, für Sie das Bilderrätsel vorbereitet. Das Bilderrätsel funktioniert folgendermaßen, liebe Hina, du wirst jetzt ein lebendes Bild vorgespielt bekommen. Wenn Sie zu Hause mitraten möchten, ist das überhaupt kein Problem. Sie müssen nur, wenn der Gong ertönt, die Augen schließen, weil wir dann das Ritzelösung am unteren Blatt einblenden werden. Wenn der Gong aber mal erklingt, werden wir selbstverständlich das Ritzelösung wieder ausblenden. Bei Nebenwirkungen fragen Sie mit Ihren Arzt oder Apotheker. Liebe Nina, hier ist unser Bilderrätsel. Wir helfen. Wir helfen. Okay. Ich bin ein bisschen langsam. Ja, wir suchen unser Bilderrätsel. Obwohl beim Kreuzworträtsel bin ich ganz gut. Ach du Liebe. Nee. Du weißt es schon, oder? Nee. Nee. Nee? Also, was ist der? Was ist das? Was ist mit Schafmärz? Was ist er? Wie heißt das Ding, was er ist? Was ist er und was ist das? Was ist das? Der Mann im Mond, der zum Mars möchte. Oh, sehr, sehr gut, aber leider falsch. Also Mars ist schon mal ganz gut. Und er ist ja ein Mann, aber nicht so ein großer Mann. Wie nennt man denn nicht so große Männer? Kleines Marsmännchen? Ja! Ich liebe Mars. Sie auch? Ja. Natürlich. Wenn er mit brauem Zucker wär, noch mehr. Noch ein Rätsel? Nee, jetzt. Darf ich bitte von hinten abbeißen? Nee, ich meine hier. Nein, das ist nicht geöffnet. Na gut, dann brechen wir das ab. In Indien lernt man, wenn mal jemand was zu empfehlen. Teil, die Hälfte brechen. Jawohl. Und mit rechter Hand schenken. Mit rechter Hand nehmen. Weil man sich mit der linken den Hintern abwischt. Ja. Bei uns in Europa müsste man eigentlich mit der linken Hand schenken. Weil man sich mit der... Ach, ist ja auch egal. Hahaha. Guten Appetit. Om Namah Shibai. Bitte schön, das hätte ich noch. Vielen, vielen Dank und tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na ja, ich würde so gerne wissen, wie du ohne Schminke aussiehst. Da hättest du ja heute mit mir LTU fliegen müssen. Von Ibiza. Erkennen dich da die Leute noch? Doch. Ja? Weil du so tolle große Augen hast. Du musst eigentlich gar nichts machen. Nee, ich sehe außen ein bisschen wie David Bowie ohne Schminke. No. Mit Bart und allem? Nein, ohne Bart und allem. Ach so. Da hast du jemandem mit große Freude gemacht, glaube ich. Wir könnten... Wir könnten verwandt sein. Ungeschminkt. Ja. Hast du eigentlich Angst vor dem Altwerden? Nee, ich bin ja schon alt. In dem Leben bist du jetzt alt oder in... Ich bin total alt. Guck dir mal unsere Gesellschaft an. Das stimmt. Eine Frau, die 44 ist, die wird hier als total alt abgestimmt. Und im Fernsehen, wenn sie einen jungen Mann hat... Ich bin ja Asket seit einem Jahr. Sehr gut. Dann ist sie auch noch Rien und Schwein. Nee. In so einer Welt leben wir wohl. Dazu dürfen wir nicht schweigen. Offen. Na, wenn. Oh. Na, wenn. Oh. Na, wenn. Na, wenn. Na, wenn. Na, wenn. Na, wenn. Na. Na, wenn. Na, wenn. Na, wenn. Na, wenn. Na, wenn. Na, wenn. Na, wir sprechen noch. Wir sprechen noch. Wir sprechen noch. Das darf doch nicht wahr sein. Warte mal, guck mal hier. Was ich mitgebracht habe. Hier, das ist der Helmut, ne? Ach man, wie süß. Der ist jetzt 14. Ihr kennt den ja. Ich brauche euch ja nicht zeigen. Der hat die Würmer. Der ist unser Helmut. Der, ich stell den mal hier hin. Ich komm extra, weil Sie da sind. Komm ich runter. Weil wir haben mit dem Helmut ganz große Probleme. Der ist 14. Pubertät. Sie wissen Bescheid, ne? Hier, das ist vor, äh, das war Pfingsten vor zwei Jahren. Da haben wir, da konnte man noch so schönes Foto von dem machen, ne? Und jetzt? Es geht ihm schlecht. Der ist so immer. Hier. Der macht wirklich. Der macht nur Mist. Und was sagt er dir hat? Na diese Aufbauspritzen? Ja, ich, ich habe mit dem Arzt drüber gesprochen. Ich habe mit einem Pädagogen gesprochen. Ich rede mit vielen Leuten drüber. Was soll ich jetzt machen mit dem Helmut? Heute Morgen habe ich gesagt, Helmut, das geht so nicht mehr weiter. Also dann würde ich Ihnen raten, meine Freundin Christa von Connies Studio anzurufen. Die hat nämlich zwei alte Katzen. Connies Studio. Und die gehen ganz oft. Sie haben ja auch zwei Kinder. Deswegen habe ich gesagt, die Frau Hagen, frage ich mal. Hier. Heute. Guck mal hier. Wollen Sie nun ihr helfen werden für Helmut? Ja. Dann gebe ich Ihnen die Nummer von Christa. Ja, weil die hat... Ja, machen Sie das mal bitte. Ne? Sie geben mir die Nummer von der. Ich mache das schon. Da kann ich da auch mal nachfragen. Ich habe jetzt hier mal im Horoskop gedacht. Ich gucke mal im Horoskop. Der ist erster, siebter geboren. Krebs. Ne? Da steht hier, pass auf. Geist und Gefühl arbeiten gegeneinander, sodass Sie nicht viel Sinnvolles zustande bringen. D. Ich sage, Helmut, das stimmt. Hier. Stellen Sie Ihr inneres Gleichgewicht schnell wieder her. Jetzt erkläre das einem Hund. Da musst du ihn mit zum Arzt nehmen, damit der Arzt das machen kann, mit seinem Gleichgewicht wieder helfen herzustellen. Das war denen irgendwie das Gleiche wieder. Ich habe irgendwie gedacht, immer Beruhigungsübungen sowas. Yoga oder was. Weißt du, fünf Tibeter oder sowas. Aber musst du noch vier Hunde mit ranholen. Der Helmut, der ist sich im Moment so schlecht am Benehmen. Ne? Der hat im Moment ja keine vier Freunde mehr. Ich würde ja gerne mal Helmut sehen. Kann man den denn noch sehen oder geht er nicht mehr außer Haus? Ich habe, äh, der hat Stubenorrest. Ich habe ehrlich, der geht nur rum mit seiner Türke. Zu eklig mit ihm auf der Straße? Ja, der benimmt sich richtig viel. Ich lasse den im Moment nur auf den Balkon machen. Wie alle Hunde. Ja. Ich meine verstärkt, verstärkt wegen der Altersschwäche. Helmut, hm? Guck mal hier. Da hat der, da habe ich immer, äh, siehst du das hier? Da haben wir dem so ein schönes Ledertäschchen besorgt. Helmut. Helmut Hülschrad steht da drin. 1. 7. Geboren. Mauritius Steinweg. Ist das süß. Wo wohnen Sie denn? Oben oder unten? Ich wohne hier oben. Ich wohne oben drüber. Die selbe Aufteilung, der wohnen? Ja, genauso wie hier. Ne, warte mal, ne, ne, warte mal. Weißt du mal wo? Ne, äh, ja, zwei Zimmer, Küche, die Le Bad. Kleiner Balkon. Ganz kleiner Balkon. Also ist ein Austritt mehr. Ist nicht richtig. Da ist im Moment der Helmut drauf. Aber, äh, und wenn der Helmut drauf ist, äh, gehen wir zu. Zwei nicht mehr. Walter und ich. Mein Mann heißt Walter. Ach, Sie sind verheiratet? Ja, wir sind ja kinderlos geblieben. Deswegen ja die ganze Frau mit dem Helmut. Wir sind ja, wir haben ja keine Kinder hier. Aber Sie sind doch noch jung. Sie sind doch mindestens halb so jung wie ich. Oh, Frau Hagen. Ha, komm mal her, lass dich mal drücken, Frau Hagen. Ha, ha, ha. Da bin ich aber nett jetzt. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Das sag ich gleich beim Walter, wenn ich hochkomme. Weißt du, was die Frau Hagen gesagt hat? Ich bin halt so jung wie sie. Der sagt für mich manchmal alte Schachtel. Ha, 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 ha. So, Sie geben mir jetzt die Nummer von der Christa. Gerne. Weil die mit ihren zwei alten Katzen, Och, die hat zu Weihnachten gesappert, die Katze. Wir dachten, die macht's nicht mehr. Aber der Tierarzt, boah, hat sie so aufgepäppelt. Und dann auch so peppelt. Können Sie mir die Nummer von dem Arzt vielleicht auch mal geben? Gerne. Ich bin mit dem Arzt doch nicht ganz zufrieden. Gerne. Ja, es ist ja alles in der Nähe hier von Köln. Ja? Ja. Haben Sie das jetzt gerade dabei? Ja. Können wir mal gerade aufschreiben? Ja. Ja? Hören wir mal hier was zu schreiben. Hast du mal einen Stift? Wir haben hier alles aber keinen Stift. Wir haben nichts zu schreiben. Wir können gar nicht schreiben. Kannst du mir so sagen? Stecken wir nachher unter die Tür. Sie klingeln bei mir oben. Gerne. Ja? Ja, ja. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal hochkommen würden. Jetzt habe ich einen Stift. Aber haben Sie die Nummer im Kopf? Ja. Pass auf. Schreibe ich direkt hier Krebs. Da mache ich den Pfeil da oben hin. Sie weiß gar nicht, dass hier gefilmt wird, ne? So. Quatsch. Hör mal auf mit der Filmerei. Hör mal auf mit der Filmerei. Das macht der Walter schon auch immer. Ich schreibe die Nummer, nehme ich auf. Ich will die jetzt nicht laut sagen, sonst klingelt es bei Connys Studio. Ah, ja. Ja. 02247. Nein, das darfst du jetzt auch nicht sagen. Das darfst du jetzt nicht machen. Und nach Christa fragen. Nach Christa fragen. Die Handynummer? Nach Christa fragen. Ja, mache ich. Die Studionummer. Alles klar. So. Hör mal. Dankeschön. Soll ich, ich kann Ihnen aber auch meine Telefonnummer mal geben, dass Sie zwischendurch mal nachhören, wie es so läuft und so. Gerne. Oder wenn Sie hier das Zimmer kriegen, das würde mich unheimlich freuen. Ne? Dann kommen Sie mal öfter rauf und dann trinken wir lecker zusammen was. Mach ich einen Kuchen für uns? Das ist ja süß. Gerne. Ja? Ja. Tschüss Frau Hagen. Tschüsschen. Also, ich nehme Sie beim Wort. Tschüss Frau Westermann. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. 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 Komm du, da schlafen wir mal hier. Als Annemie Hülschrath. Herrlich. Schau mal was. Nein, die ist ja schlucklich. Wollen wir noch eine Kleinigkeit zusammen musizieren, Nina? Ja. Was darf es jetzt sein? Schönes Liedchen. Ich finde Hildegard Knef, fände ich klasse. Ja. Ich kann da nur Sarah Leander. Achso, weil du vorhin Hildegard Knef gesagt hast. Kennst du, er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar? Nee. Oder? Oder? Nicht aus. Der Wind, der Wind hat mir ein Lied erzählt, von einem Glück unsagbar schön. Er weiß. Was, meine Frau? Okay. Ähm. Man nennt mich Miss Fane, die berühmte Bekannte. Yes, Sir. Die nicht sehr beliebte bei Onkel und Tante. No, Sir. Ah. Man fürchtet, ich könnte die behüteten Neffen im Spielsalon oder im Himmelbeck treffen. Ich könnte sie verführen mit tausenden Listen zu etwas. Was, das sie vielleicht doch noch nicht wüssten. Yes, Sir. La, 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 la. Yes, Sir. La, 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 la. So bin ich und so bleibe ich, so bin am ganzen Leib ich. Yes, Sir. Perfekt. Und muss ich mein irdisches Gastspiel beenden? Yes, Sir. Soll ihr euch nicht gleichgültig von mir wenden? No, Sir. Denn ich habe geliebt und ich habe geküsst, weil... Die Liebe doch dazu erfunden ist. Wie sie alle auch hier tun seit tausenden Jahren nur. Darf man um Gottes Willen nichts erfahren. No, Sir. No, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Ja, was jetzt? Also, so bin ich und so bleibe ich, so bin am ganzen Leib ich. Yes, Sir. Ansonsten, wenn ich Klavier spiele, ich kann... Ja. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, die Sendung Zeit rumzukriegen. Ja. Ja. Stellt euch vor, wir haben uns gerade geliebt. Auf einmal fliegt er auf uns zu, der Asteroid. Mit rötlich-gelbem Schwanz tanzt er uns den Todestanz. Er macht ein lautes Buh. Mach bloß schnell das Fenster zu, du. Die ohne Bange entweichen der Zange. Die göttlichen Schiffe mit göttlichen Griffe. Nimm die, die keine Angst haben, einfach mit. Und der Rest wird... Ja, Gerhard. Und Joschka. Und everybody else in this nice country. Wir haben wir geliebt, die Erde und den Sand. Die ewig große Liebe, die uns alle so verbannt. Wir haben wir geliebt, das Wasser und das Meer. Ist an uns und die Welt zu ändern wirklich so, so schrecklich schwer. Wir haben wir geliebt, den Esel und das Blum. Und nachgetaner Arbeit unsere wohlverdiente Ruh. Wir haben wir geliebt, die Ruhe der Natur. Selig seien die, die halten ihre Seelen pur. Wir haben wir geliebt, die Sonne und das Licht. Sag mir bitte, niemals wieder ändern kannst du dich nicht. Die Prophezeiung. Wenn die Hitze auf Kälte trifft. Wenn es nur noch grau ist. Wenn es nur noch schifft. Wenn Stürme zu Wirbel stürmen werden. Ist das Ende nah auf Erden. Die Welt wird erschüttert werden. Von Erdbeben. Wie will denn hier keiner überleben? Sie werden schlucken Stadt für Stadt. Schachmatt. Land für Land. Ach, du großer Elefant. Herrlich. Lina Hagen, meine Damen und Herren. Ich bin total beeindruckend. Ja. Ich sitze und schritte, als hätte ich mitgespielt. Ich freue mich auch, dass ich nicht auf die BMG in Hamburg und Axel Alexander und diese ganzen Typen an ihrem Schreibtisch gehört habe. Die haben mich nämlich gesagt, haben sie mich gesagt, Mensch Nina, hör dir doch mal Tiktaktou an. Das war vor zwei Jahren. Die Texte und so. Ja. Und dann habe ich das gehört. Ich sage, ich soll solche Texte machen? Mit Ficken und Arsch und so? Das hatte ich doch schon. Also bitte. Bitte nicht nochmal. Das wäre ja Wiederholung. Was hörst du für Musik, wenn du so privat hörst? Also, ähm, ich mag gerne die Bricks. B-R-I-X-X. Ich glaube, die ist aus Köln. Ach, die. Ja. Ach, die. Und Rally. Rally. So eine glückliche Sommermusik. Romantisch. Dann höre ich unheimlich gerne mit meinem Sohn, den Bruder von Nene Cherry, den, den anderen Cherry. Wie heißt der denn gleich nochmal? Nicht Cherry? Auch so schöne. Das ist wie meine Baustelle, ne. Schöne. Ich kenne keine Sänger, die noch leben. Ne? Du arbeitest zu viel. Hörst du auch klassische Musik manchmal? Äh, ja. Ich habe neulich die Werbung gesehen mit 4711. He, he, he. Ne, doch. Ich mache ja auch selber Like Der Mond ist aufgegangen von Bruder Klaus. Das ist ein ganz berühmtes Lied. Und das, ähm, so geistliche Lieder, das Ave Maria und sowas. Ganz glücklich. Wenn das Klassische geistlich ist, mag ich's. Wenn das Klassische nur so bombastisch ist, dann kannst du mir gestohlen bleiben. Weinst du, Weihnachten? Bringst du Weihnachern rein? Ja! Aber nur Weihnachten ... Ich war Weihnachten im Hospiz das letzte Weihnachten ... Ihr bist ja zuhause raus geflogen. Jetzt hab ich stehen sollen. also jetzt ohne aber weine, weine, weine und ich hatte auch ganz tollen Traum vorm Weihnachtsabend in der Nacht zum 24. hin und morgens lag Schnee wow wenn da der liebe Gott nicht mitgespielt hat oder? Ja, da habe ich eine Message gekriegt wir machen jetzt trotzdem mal die ultimative Lobhudelei für Nina Hagen oh boy Hallo, ich bin Luni ich bin der, der damals das Raumschiff geflogen hat und wegen dem der ganze Ärger da war und ist nur passiert, weil ich mich verbremst habe in der dritten Galaxie und so und dann war ich auf einmal auf der Erde und da habe ich dann Nina gesehen mit ihren schönen großen Augen und dem dicken Bauch und ich war direkt intergalaktisch verknallt naja und jetzt ist es 20 Jahre schon her und ich bin immer noch Single und ich habe mir gedacht, komme ich da mal vorbei und das nächste Mal bei Vollmond bin ich vor der Tür guck mal raus bis dann oh ich herrlich und deswegen meine Damen und Herren, Sie haben Sie jetzt gefragt sind Sie der Meinung, dass Nina Hagen sich einen Platz im Aspirantenkreis für unser Wohngemeinschaftszimmer erarbeitet, ja erkämpft hat dann zeigen Sie uns Grün, wenn Sie mal einen Einzeichen aus Rot, bitte zeigen Sie uns jetzt, wie Sie befinden wollen das ist eine überwältigende Mehrheit zu Grün, das bedeutet Nina Hagen ist in diesem engen Preis ausgewählter Persönlichkeiten der Zeitgeschichte aufgenommen wir danken Ihnen, wir danken uns und vor allem danken wir Nina Hagen du hast mich alleine machen lassen, ist aber auch ein Lied von dir nein ja ich habe den Lied von Design gehört, das ist mir die Uhr Vielen Dank.